1876 war Leopold, Herzog von Albany, ein Junggeselle Nimm dir eine Frau Mit recht wenigen Aussichten 2002 Ich hab noch keine Daten, ich kann keine Analyse durchführen, wenn sie mir keine Zahlen liefern Ist Kate McKay eine erfolgreiche Karrierefrau? Sie sind eine Rarität unter den Frauen, Kate, sie sind wie ein Mann Ohne Liebesleben Aber in diesem Frühjahr Sitzt du gerade? Ja Wird alles anders Ich hab's entdeckt, etwas, das die Arbeit meines ganzen Lebens bestätigt Ein Portal in das Jahr 1876 Ich bin dem Herzog von Albany durch das alte New York gefolgt Dem Herzog? Ja, und jetzt kommt der Knaller Der Knaller? Er ist mir nach Hause gefolgt Wo bin ich? Sie sind noch immer in New York Das, Sir, ist nicht New York! Naja, ich fürchte doch Und Sie sind anscheinend Sergeant Pepper? Jemand muss ihn im Auge behalten Er kennt unsere Gewohnheiten nicht Kommen Sie, wir wollen los! Würden Sie das wohl entfernen? Wollen Sie damit andeuten, dass es hier ein Gesetz gibt, welches Ehrenmänner dazu zwingt, Exkremente von Hunden aufzuheben? Ich will damit andeuten, dass Sie den Kackhaufen jetzt aufnehmen Er hält sich für einen Herzog Ja, ist das nicht cool? Wir sind ein komischer Vogel Das Ding macht nichts als Ärger Es ist doch nur ein Toaster Der General von Electric, der ihn gebaut hat, hätte ihn auch mal ausprobieren sollen Ich muss zugeben, er sieht gut aus, ist höflich Wieso stehen Sie auf? Ich bin es so gewohnt, wenn eine Lady den Tisch verlässt Sie schlafen doch nicht mit ihm, oder? Nein Was? Meg Ryan Ich hab nicht viel Glück mit Männern Hugh Jackman Du glaubst immer noch nicht, dass ich der bin, der ich behaupte zu sein? In einer Geschichte über einen Mann und eine Frau Sie müssen wieder zurück Ich finde, du solltest mir endlich sagen, wer du bist Ich bin der Mann, der deine Schwester liebt Sag das nochmal Die nicht hinnehmen, dass ein paar Jahrhunderte zwischen ihnen stehen Ich will noch mehr von diesen 1876 Kate und Leopard 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 Kate und Leopard